Ja, hallo, und bevor es losgeht, ihr seht ja schon worum es geht, habe ich zwei Sachen, eine Sache, das ist eine Bittere, und die zweite Sache ist ein Hinweis, und zwar, ich habe das Spiel im Stream aufgenommen. Das heißt, die Schnitte werden vielleicht etwas abrupt kommen, ich versuche das so gut zu schneiden, wie es geht, aber damit die Folgen dann nicht zu lang werden, suche ich mir dann vielleicht irgendwo mal einen Schnitt, wo es vielleicht von einem Raum in den anderen geht, ich muss das noch gucken, ich habe es prinzipiell, ich habe es noch nicht geschnitten, deswegen. So, und die zweite Sache ist, das ist etwas eklig, und zwar etwas sehr eklig an manchen Stellen, und insofern ein Hinweis an unsere jüngeren Zuschauer, ja, das ist nicht unbedingt immer schön. Insofern, bevor ihr jetzt hier weiter guckt, überlegt euch das gut, ob ihr das macht oder nicht, ich denke, das kann jeder für sich selbst entscheiden, und das war es auch von mir, viel Spaß bei Resident Evil 7, ein sehr, sehr cooles Spiel. Und wir machen das auf normal, ne, einfaches für Pussys. Hey, Baby, ich wollte dir nur schnell, hallo, und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause, yeah! Das ist sehr lieb von ihr. Wir haben ja wieder, oder? Ich kann gar nicht mehr haben, mit diesem Babysitterjob fertig zu sein, und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan, ich vermisse dich so sehr. Naja, ich schicke dir tausend Küsse. Tschüss, Baby! Naja, so hübsch war sie jetzt auch nicht. Hab ich das gesagt? Oh. Blut. Ethan, du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht! Sind Zombies da? Yay! Auf jeden Fall. So, schauen wir doch mal. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung. Du warst auf einmal verschwunden? Ja. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt, sie... Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Also so wenig wie du zu sehen bist, da kann sich selbst kämpfen. Da will sie ja. Mann, es sind jetzt drei Jahre. Ich weiß, ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Cool. Cool, cool, cool. Sag mal, ist das zu verstehen? Sind die Videosequenzen auch zu verstehen? Alles gut, ja. Super. So, was machen wir? Machen wir einen kleinen Walk? Also du sagst, Chroma Key, scheiße. Hier sollte es sein. Sie lebt. Äh, ja, gut. Dann eine Sekunde bitte. Es, äh... Wir machen das dann mal einfach so. So. Bin ich jetzt besser zu sehen? Hoffentlich. Also ich finde die Grafik ziemlich geil. Ich stehe jetzt mal ein bisschen rum. Also, ich sag's mal so. Ähm, sollten in diesem Gewucher irgendwo Zombies sein, bockt mich das null. Hier siehst du doch gar nichts. Ich meine, am Anfang wird nicht groß was passieren. Äh... Spielhinweise ansehen. Mia finden. Wir sollen Mia finden, die zurück ist. Aber ich weiß nicht, bin ich jetzt Ethan? Ich hab die Story noch nicht so geschnallt, wenn ich ehrlich bin. So, ähm... Gut. Wir haben hier mehrere Wege, die wir gehen können. Ich bin eh... Total, äh... Bisschen angespannt. Und ich hab wirklich... Ich habe mich überhaupt nicht... ...informiert über dieses Spiel. Ähm... Einfach aus dem Grund, weil ich mich... ...überraschen lassen wollte. Hast du eigentlich auf Facebook gepostet, dass wir streamen? Hast du auch... Äh... Nö. Wäre vielleicht quasi mal hilfreich. Meinst du? Ja. Warte mal kurz. Mann, jetzt muss ich hier ganz viele Sachen zwischendurch machen. Weißt du, warte, ich... 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 Ich twitter das und, ähm... Ach... Was? Du hast schon getwittert? Ach, für mich. Ähm... Kann sich nur um Stunden handeln. Fragen sich die Leute dann hinterher bestimmt auch beim Let's Play. Was soll die Scheiße? Warum steht der so rum? Wieso? Hä? Das ist auch cool. Er hat meinen alten... Ähm... Meine alte Überschrift, äh... gepostet gerade. Ähm... Und zwar mit Division. Was hab ich hier getan? Oh mein Gott, was ist hier los? E-Mail von Mia. Ein Ausdruck einer E-Mail von Mia. Alter, ist das ein Adventure? Mia Winters. Dienstag, 18. Juli 2017, 23.04 Uhr. An Ethan Winters. Dalvi, Louisiana, Baker Farm. Komm und hol mich. Also, wenn jemand schon schreibt, komm und hol mich. Ähm... Wäre mir das schon suspekt. Vielleicht eher so nach dem Motto... Also, das erinnert mich hier echt irgendwie hardcore an 1. Ich bin ja einer der älteren Generationen und habe somit auch Resident Evil 1 und 2 und 3 und 4 und... 5 hab ich nicht gezockt, warum auch immer. Ne, Quatsch. 5, äh, 4 hab ich nicht gezockt. 5 hab ich dann wieder gezockt oder 6 hab ich wieder gezockt und... Ja. Jetzt sind wir bei 7. Ähm... Sewer Gators. Sneak into Louisiana Ghost House. Äh... In ein Geisterhaus von Louisiana. Schließ dich uns an. Also, das... Also, ist das... Also... Ich habe die Befürchtung, das wird gar kein Action-Shooter sein. Was habe ich mir hier bloß angelacht? Ein Horrorspiel? Nicht gut. Also, wenn es dich wirklich zum Horrorspiel entpuppen sollte, dann kannst du den Koma... Das Koma-Teil wieder anmachen. Es wird nämlich schön finster. Äh... Nimm mir ihre Gabe an! Laufen wir jetzt in unseren Tod? Ist das eine Vorgeschichte und wir laufen in unseren Tod? Das wäre ja toll. Du hast komische Vorstellungen. Ja, ich kenne sowas. Ich kenne sowas. Alter, das ist nicht... Das ist, äh... Nicht mein Ding. Diese... Ich hasse das. Vorspannung ist furchtbar. Und wir werden jetzt wahrscheinlich eh eine halbe Stunde keinen einzigen Zombie sehen. Oder was weiß ich. Oh, kacke. Vielleicht doch. Ach, du Scheiße. Ähm... Join us! Ähm... Warte mal. Hier, Karte und so ist, äh... Ah, ja. Man kann schleichen. Und willst du nicht gucken, ob in dem Zen noch sonst irgendwo was anderes hilft? Oder war's das schon? Bisher konnte ich nur geradeaus. So, ich frage mich, wo der Typ hingegangen ist. Das klingt eher so nach irgendeinem Vampire-Creen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Oder Zombie-Creen in diesem Fall. Ja gut, es gibt jetzt hier nur den Weg. Also, ich meine, mein Gott, dann gehen wir halt, sterben wir halt. Gehen wir mutig in unseren Tod. Sexy. Sexy. Ein Totem aus Pferdebeinen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Horror-Spiel. Das ist ja uncool. Ich dachte, ich könnte Zombies shootern. Wird wohl noch. Was tropft darunter? Hättest du das nicht geschüttet? Also, ich weiß übrigens nicht, ob das nun mal so ist, aber dein Stream ruckelt etwas. Mein Stream ruckelt etwas. Das, ähm... Keine Ahnung, worin das liegt. Liegt das an, ähm... Also, wie gesagt, das kann auch an meinem sehr schlechten Laptop liegen. Das will ich jetzt nicht gestalten. Ich dachte, ich erwähne es nur mal. Tote Vögel und, ja, natürlich Nebel. Was auch sonst. Ja, der Typ ist wohl, wohl oder übel auch hier lang gekommen. Es gibt ja keinen anderen Weg. Wir haben einen Führerschein gefunden. Tab fürs Inventar. Können wir uns anschauen. Sieht so ein bisschen aus... Wie das für Mia, ne? Ähm... Der Führerschein von Mia könnte das sein. Aber ich weiß nicht, irgend so ein Hitler-Weltler, der hier lebt, in diesem Haus, sorry. Aber das war bestimmt schon ein Zombie, den wir gesehen haben. Ja doch, das erinnert doch eher so an die ersten Teile, vielleicht. Zum Glück ist es nicht aus der Third-Person-Sicht. Fände ich persönlich ja sogar geiler, muss ich sagen. Ja gut, man sieht mehr. Das stimmt. Also, ich fänd's cool. Ich fänd's immer cool, wenn man nicht hinterher switchen kann zwischen First und Third-Person. Oh, die Tür ist mal so zugegangen, oder wie? Ach, kommt, Leute! Das ist so ein bisschen wie Blair Witch Project für Arme gerade bei dir da. Jetzt mal ehrlich, hab mal ein bisschen Mumm in den Hosen. Also, anscheinend brauchen wir irgendwas, um Schlösser aufzumachen. Na? Mmh. Oh, Mist! Mist! Lecker! Yummy, yummy! Da ist ja äckerlich! Aha, wir brauchen also einen Schlüssel hierfür. Mhm. Mhm. Ich hab immer Schiss, dass jetzt gleich irgendwas hinter mir ist. Ich glaube, wir werden heute noch ein paar Mal kläglich sterben. Alter, wie eklig. In 20 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Joa. Ne? Ja. 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 Ich bin so angespannt jetzt schon. Furchtbar. Äh. Ähm. Nicht gut. Das sieht gut aus. Hübsches Bild. Ich meine da gerade was gehört zu haben, aber das kann ich mir auch nur einbilden. Oh, die Tür ist zugenagelt. Gibt's dafür vielleicht einen Grund? Ah, okay. Schätze, ich muss hoch. Ah, ja. Ich, ich, ähm... Nehm einen kurzen Schluck. Okay. Ja, gehen wir doch mal hoch. Ja, das, äh, doch. Ich denke, das erinnert sehr, sehr stark an, äh, äh, Resident Evil 1 und 2. Wir haben auch Speicherpunkte, ähm, an nicht mehr den Schreibmaschinen. Früher waren's die Schreibmaschinen, heute sind's dann halt die, ähm, Kassettenrekorder. Ist auch nicht mehr so. Ist dann doch schon ein bisschen älter, aber egal. Was haben wir denn hier? Verfallenes Haus. Können wir mitnehmen. Brauchen wir aber anscheinend einen Videorekorder, um uns das anzugucken. Okay. Und wir können hier noch einen, äh, Knopf drücken. Und das werden wir jetzt auch mal tun und mal gucken, was passiert. Keine Reaktion. Cool. Ja, jetzt frage ich mich natürlich. Ach, da muss man gegenlaufen? Gott. Ist ja schrecklich. Damit man auch sofort, ne, den Zombie vor der Nase hat. Mhm. Ist aber nix bei. Sowas kann man aber auch nicht mitnehmen. Hm. Eine Sicherung. Wir brauchen anscheinend eine Sicherung. Ein Klavier, mit dem wir wahrscheinlich wieder die Mondschein-Sirenate, äh, spielen müssen. Naja, wahrscheinlich was anderes. Ähm. Das sind wohl die Eigentümer. Eine Familie. So, wir können uns hier das Video angucken. Ich, ähm, ja, komm. Wird schon nix passieren. Derelict House, June the 1st. Oh. Was zu diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist zwei Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Sehr geil. Ich bin der Kameramann. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir? Warum? Sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Dieses Haus. Gruselige Geräusche. Uh, spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete. Nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Also wenn du da die Monschein-Serinate spielst, dann würde ich sehen. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Drei Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaff. Ach, Mist. Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wär ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? 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 Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich mein, Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du's gehört? André? Wo zum Teufel ist der? Alter, ich hab keinen Plan. Wo auch immer ist. André, wo bist du, Mann? Alter, die Schatten machen mich fertig. User left your channel. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung! Alles klar. Ich hab einen Geheimgang gefunden. Dadurch, dass ich die gespielt habe... Oh, André. Was ist so? Was ist? Ah! 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 Untertitelung. Hm, wir wissen, dass hier ein Geheimgang ist. Wir wissen, dass hier der Hebel ist. Wissen wir das? Ja. Okay. Es müsste gleich im Video kommen. Es ist ja ein bisschen verzögert im Stream. Ja, ja. So, hier gab es keine Tür. Oben gab es auch keine Tür. Richtig. Richtig. Ich wollte trotzdem nochmal absafen, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Aber ich finde es faszinierend. In jedem anderen Spiel bist du total Gang-Home-Charge. Ja, weil das echt gut gemacht ist. Also wirklich gut gemacht. Ja. So. Hier haben wir nämlich die, ähm, geheime Tür. Und hier können wir runterklettern. Ich weiß nicht, warum ich da runterkletter, obwohl ich weiß, was da passiert ist. Das sind auch immer so Sachen, die ich nicht verstehe. Verdammt. Weil man's kann, letztendlich. Ja, weil man's kann. Das wird immer netter hier. Ja, ja. In der Soße auch noch schwimmen. Wer sind wir nochmal? Superman? Oder Ethan. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Ethan bin. Alter. Oh, ey. So ein Schiffer. So ein Schiffer. Alter, das sieht wirklich nicht schön aus hier. Ja. Mia. Hm. Da liegt jemand drin, ne? Ja. Dead turn, 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 dead, 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 lives. Wir haben also eins, zwei, drei, vier, die geturnt wurden. Ist das ein Hinweis darauf, dass wir vier Zombies hier haben? So, wir haben endlich den Bolzenschneider. Und ich glaube, als guter Freund würde man sofort erstmal sie rausholen, ne? Ich glaube, so ist das storytechnisch dann immer gedacht. So, und die Frage ist, ist sie jetzt ne Turnt? Mia, Gott sei Dank hab ich dich... Mia, ja, unwitzig, wenn nicht. Ethan? Ethan? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Ne. Kann ich nach hinten gucken? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Geh, Alter! Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Alter, ist das eklig. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort, dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. E-001. Ist das Subjekt Nummer 1, oder? Ich bin mir sicher. Mia? Alter, what the fuck?